Der Schlüssel zur Flexibilität. Mit der Sonderausstattung Komfortzugang und dem BMW Digital Key Plus können Sie auf kompatiblen iPhones oder Ihrer Apple Watch einen Fahrzeugschlüssel einrichten, um Ihren BMW zu verriegeln, zu entriegeln oder zu starten. Dank Ultra Wideband-Technologie funktioniert dies sogar ohne das iPhone herauszuholen. Um den Hauptschlüssel für Ihren BMW einzurichten, benötigen Sie eine BMW ID mit einem verknüpften Fahrzeug. Schließen Sie die Einrichtung bei eingeschalterter Zündung ab, bevor Sie die Start-Stopp-Taste drücken. Doppelt hält besser. Beide physischen Fahrzeugschlüssel müssen sich im Fahrzeug befinden. Achten Sie darauf, dass Sie in Ihrer My BMW App eingeloggt sind. Wählen Sie in der Fahrzeugansicht BMW Digital Key Plus und tippen Sie auf BMW Digital Key Plus einrichten. Bestätigen und weiter geht's. Tippen Sie auf Kopplung starten und folgen Sie den Anweisungen. Nochmals weiter und die Aktivierung startet automatisch, wie Sie auf dem Zentraldisplay sehen können. Nach erfolgreicher Aktivierung Ihres Digital Key erhalten Sie eine Benachrichtigung. Ihr digitaler Schlüssel wird direkt mit Ihrer Apple Wallet verknüpft. So können Sie ihn mit anderen teilen oder Ihre Apple Watch hinzufügen. Alternativ lässt sich der Digital Key auch über den Link in der Aktivierungs-E-Mail einrichten. Sie erhalten diese, nachdem Sie Ihren BMW mit Ihrer My BMW App verbunden haben. Einfach auf den Link tippen, um die Einrichtung des Hauptschlüssels zu starten. Folgen Sie den Schritten auf Ihrem iPhone und dem Zentraldisplay, um den Digital Key zu aktivieren. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.